Also ich habe nach meiner Jugendzeit als Flügelspieler gespielt, Flügelstürmer, also mittlerweile bin ich halt, das kann man so sagen, ein richtiger Neuner. Das hoffe ich auf jeden Fall, dass ich knipsen werde, dass wir auch dadurch entweder gewinnen. Mir ist es im Endeffekt egal ob es noch wie gewinnen, egal wer die Tore schießt. Ich habe, glaube ich, noch nie unter so einer Ferngemeinschaft gespielt. Selbst im Norderstedt nicht, selbst im Kurslag nicht. Bauer Steinbeck war auch schon eine Ferngemeinschaft da, aber nicht so vergleichbar wie bei BU. Also die Fans von BU sind halt überragend. Ich glaube, ein Riesengeschenk jetzt an den BU-Fans wäre, wenn wir das Finale gewinnen und dadurch auch den alten Stadion so ein bisschen damit verabschieden. Ja, Kondo ist ein sehr spielstarker Mannschaft. Die haben halt auch in den letzten Pokalspielen Begegnungen bewiesen, dass sie als Team gut funktionieren, egal ob sie im Rückstand sind, dass sie halt immer wieder zurückkommen und dass sie halt kämpferisch sehr stark sind, haben die auch in den letzten Pokalspielen zu bewiesen. Wir haben nicht umsonst die beste Abwehr der Liga und das wird sich auch in dem Zielspiel zeigen. Musik 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 Schrauben Musik 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 Musik